hallo people of the internet my name is Kevin chaos 84 ich bin destroy 77 und zusammen bilden wir das gut brechen oder wischen willkommen zurück bei einer weiteren folge way out oder wie es der volksmund sagt aber sie es ist wie kann sowas brechen mit dem reden mit dem reden ja klar das alles in der Nähe des bullen weiß wenn man noch nicht sicher braucht man eine ablenkung ich denke wir brauchen eine ablenkung oder ok ich warte bis du fertig bist weil der haut jetzt ab dann kletter ich da hoch ich warte auf dich du kannst schon auf über die räuberleiter soll ich mal mit denen reden was ich heute nicht die holen weil du mein wie你 wenn sie brechen und was so sie immer und wieso ich bin wie Hey man, it looks like you missed the spot. I just don't like guards that much. Yeah, Holmes, I know exactly what you mean. Especially that one over there. He looks like a mean motherfucker. They're all mean motherfuckers. Got that right? Yeah, it's my first. And by God, I hope it's the last. Trust me, I've tried every job in this joint, and this is by far the best one. The view and the smell. Really? Let's go. Grab my hand. Why can't I do that? Because I had the idea. You, what are you doing? Nothing. Just looking around. I got you a new room. Come here. Sure. Now get back to work. Yeah. Alright, I need to get back to work now. Wait, don't go down. Don't go down. Don't go down, guys. Don't go down. Fuck. The guards are looking this way. Man, you better distract them for me. Vielleicht muss ich hier lang? So, I heard you're the guy who knows how to get things around here. Well, uh, it depends on what you want. I want a player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is to get caught up by the man himself. I think you'll find a way to get his attention somehow. Wait, I have to push him off. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? What's with the attitude? Alright, look. People have accidents here all the time. Sometimes they slip. Okay, you need to find a way. If you know what I mean. Ceaser being cocky when you're a guard in here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Yeah. You better do that. Wo-wo-wo komm ich jetzt da raus? I'm sick! Ah, hier. Bei mir. Scheiße. Nya-ha, ich lass dich nicht raus. Es ist mir. Nya-ha. Okay. 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 It's open. Just need to give Fred the tool now. Nice. Nice. Hey, Leo. Was's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Der kleine Gauner. Gut. Aufs Zelle entkommen. Okay. Da kommt jemand. Kommt jemand. Excuse me. Jetzt mach weiter. Mach weiter. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Okay, stop, 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 stop. What are you doing? Wow! Alter! Wie schnell! Okay, weiter. Guck dich mal um. Hm. Moment, ist frei. Okay, er kommt wieder. Guard, do you have a second? Ja? Ich weiß nicht, ob ich das in der... Is tomorrow visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Hi, na? Go to bed, Inmate. I'm not tired. Leave me alone. I'm not tired. I'm not tired. I'm not tired. Yeah, I see it. Hi, na? You have a nice mustache. How are you going to your family? I'm not tired. I'm not tired. I'm not tired. You, go to sleep. Yes, sir. I'm just gonna take a leak. Oh, der kommt, der kommt, der kommt! Ich bin gearscht. Hahaha. Hahaha. Okay, ist frei. Alter, das dauert jetzt. Hahaha. Ich drück wie blöde. Hahaha. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Abbrechen. Abbrechen! Abbrechen! Na? Na? Ich mach mir grad eben schon mal. Okay, Kansch. Der andere kommt bestimmt jetzt. Die andere Wache. Ich glaub, es kommt sogar einer von vorne. Von der Treppe runter vielleicht. Auf welcher? Alright, I'm done. Hey, get over here. I'll give you a tour. Das muss ich, oder was? Ja. Oh, nee! Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Ähm. Hier, hier, wir machen nichts auffälliges. Ich geh mal kacken. Wir sind nur Zellennachbarn. Das geht nicht, okay. Hi. Halt's Maul. Okay, geh drüber. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hey, Guard, kann ich dir eine Frage stellen? Mach es schnell. Ich kann nicht schlafen. Hast du ein Buch, das ich kann lesen? Was ich so wie, ein Librarian? Geh zu schlafen. Alter. Unfreundlich. Na? Jetzt kommt der andere wieder, ne? Ey, ist nicht wahr, ne? Wollt ihr mich verarschen? Sind sie nicht dieser... Schriftsteller? Okay, jetzt. Rüber. Perfekt. So. Halt Ausschau. Der eine kommt, der eine kommt. Oh, Juge. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ja, 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 ist okay. Hi. Hi. Ich komme bestimmt wieder zurück, ne? Warte, ja. Kann ich dich nicht ablenken? Kann ich dich nicht ablenken? Warte. Der eine bleibt stehen. Guck mal auf die andere Seite. Der eine kommt. Aaaaah, bin ich müde! Hey, Guard! What do you want? Äääääääääääääääämme, mein Bett ist kaputt. My bed is broken. What do you want me to do about it? I want you to fix it! Not my problem. Fick dich! Der andere kommt auch wieder Kannst direkt Na? Der eine kommt wieder Denk ihn ab Wie viel verdienen Sie? Ich möchte eine Frage Was jetzt? Wie viel hast du eine Stunde? Als Garten? Du Bastard Junge Ja der andere der kommt auch wieder Alter bei mir kommen immer alle ne? Ich komme immer in einem Scheißrhythmus Immer beide Kurze Frage darf ich hier ins Gesicht strullern? Okay Der andere kommt wieder Was? Lenk ihn ab Lenk ihn ab Ja noch ist er nicht bei mir Jetzt ist er bei mir Jetzt ist er bei mir Jetzt ist die Luft rein So in etwa Und gleich durch Andere Seite Andere Seite Andere Seite Gut Gut Lichter 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 ist das gast so hoch ich denke schon Tino? Schütze mal... Bist du da unten schon gewesen? Leo, ich brauche hier ein paar Hilfe. Auf drei! Eins! Zwei! Drei! Amion! Ach, der Ventilator dahinten... Ja, das macht bestimmt gar kein... Geräusch. Pass auf, das macht keinen schwein. Stell da, stell da, stell da, stell da! Nein! Scheiße... Kann ich das da reinboxen? Warte, vielleicht kann ich das ja von der anderen Seite nehmen. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht... Mach das nochmal? Ne. Mhm. Gut. Aber vielleicht kann ich's dir durchwerfen oder irgendwas. Warte mal... Vielleicht... ... 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 Da ist nix drin. Jetzt ist da was drin. Jetzt ist da was drin. Krass. Ich hol sie da raus. Dann geht's an. Das ist wie geil. Ich hab's angemacht. Da ist nix drin. Ich hab's angemacht. Ich hab's angemacht. Wie funktioniert das? Wenn die Flüge kommt, die Flüge rauskommt. Das ist das? Das ist das. Wenn du mehr Informationen möchtest, geh mit dem Mann. Ich hab's angemacht. Das sieht aus. Was ist ein Idiot? Das ist das. Komm schon. Ich bin sicher, dass es schlecht ist. Oh ja? Ich glaube nicht. So, Mann. So, was würdest du machen, dann? Alles, was mich alleine ist. Ich bin entgegen. Ich bin entgegen. Ich bin entgegen. Warum solltest du für ein anderes Job? Ha! Du bist hier neu. Du gehst, Mann. Du gehst, Mann. Du hast einen tollen Tag. Du hast das, richtig? Du bist ein freer Mann. Oh, Mann! Ja, nächste Woche ist mein letzter Tag. Du bist sicher, dass du aus dem Problem bist, dann. Ja. Warte. Was bedeutet das? Du kennst, was passiert. Du sprachst mit dem falschen Mann hier, und plötzlich? Zehn mehr Jahre. Woah. Woah. Okay. Ich weiß nicht, Mann. Das ist gut. Du musst nur auf diese Dinge schauen, wie sie zerbrechen. Hey! Geh deine eigene Karte! Ja, ja. Okay. Aha. Kann ich ihn da reinschubsen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Hey. Hey. I need a laundry card. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? Eh, rules and regulations. Nothing I can do about it. Just a card, man. I need your name and number. Hey. Hey. I need a laundry card. Oh, can I have your number, please? What do you mean? What do you mean that for? Is that just a rule of regulations? There is nothing I can do about it. It's just a card, man. I need your name and number. Why is my camera a little too small? Leo. You have another lesson. Who is your name again? Leo. Ey, wie geil! Oh, ich will da rein! Ah, ich weiß worum... Willst du schieben, oder? Ich weiß, wofür wir das Laken brauchen. Ich schmeiß dich über deinen Kopf da drin, pass auf. Willst du schieben, oder? Ja? Ich schieb. Ja, ja, ich schieb. Das ist nicht alles, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen alles. Ich hab nicht noch mehr. Guck mal, ob du von Tisch rechts noch was bekommst. Eventuell... Ja, super! Guck mal! Hurry, put in more sheets. Noch mehr Laken. Jetzt haben wir mal voll die hier rein, ne? Schenk das. Ich will aber noch eins reinmachen. Vollmach dir! Schön die alte Unterhose in die Fresse schmeißen. Okay, ich bestimme eine Trophäe dafür, pass auf. Vor allen Dingen, ich bin versteckt. Du machst das Ding auf, man sieht mich. Ja, guck! Ja, also... So, das reicht das zwar. Versteck dich. Tschüss, ihr Fickers. Mach das zu, Alter. Mach das zu, Alter. Mach das zu, Alter. Darf ich gar nicht durch, ey. Okay. Time to get rid of that guard now. Jetzt muss ich die kaputt machen. Jetzt muss ich die kaputt machen. Laken nehmen. Ah, guck mal an. Das sind blöde... Farbdose hier reinschmeißen, also. Oh, Folie! muss ich jetzt auf dich warten so hier sitzt anschmeißen einschalten was ist am rarsch was ist am rarsch was machen mit diesen Maschinen Gott dammit f**k f**k Achtung da ist ein Dings verriegelt muss ich den jetzt ablenken hier ja ne jetzt geh rein da rein und aufmachen ich hoffe es pass auf der kommt wieder der kommt wieder der kommt nicht muss er das Laken jetzt wieder nehmen oder was aber wohin damit Laken stehlen naja wir müssen doch hier genau äh wir müssen es hier irgendwie wahrscheinlich nur ablehnen hä ok wir brauchen noch mehr ja hier liegt ja alles junge ja ha 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 ist der für Action hier nice echt so ja wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr Wir können auch wieder hoch, okay. Ja, wollen wir wieder hoch? Äh, ich denke mal hier, oder? Äh. Du bist okay? Äh, ja. Wir brauchen ein Licht, man. Wir brauchen ein Licht. Wir brauchen ein Licht. Ja. Ja. Wir brauchen ein Licht. Wir brauchen ein Licht. Wir brauchen ein Licht. Oh. Well, das ist ein Licht. Du bist jetzt lustig? Nein, ich sage einfach die Fähigkeiten. Du wirst wirklich ein Licht. F*** dich, Mann! Fuck you, man. Ah, jetzt sind wir an der Seite. Gut. Aha. Ah, das ist ja... Taschenlampe nehmen. Vincent, hand mir die Flaschleiter. Haha, ich habe die Macht. Wo geht's hier lang? Ich muss wahrscheinlich die Tür aufmachen bei mir. Das denke ich auch. Fuck, man. Wee, 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 wee. Okay. Shit. This should work. What's that, dude? It's locked. Vincent, help me. Uno, dos, tres. Oh, links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts ist immer schlecht. Ja, like I said, let's hope they aren't. You're not scared of rats, are you? Lauf du mal vor. I'm not scared. It's just that, you know, whatever. They're disgusting. Lauf du mal vor. Wir gehen nebeneinander. Guck mal nach links, bitte. Ich habe Angst nach links. Was ist da? Nichts, okay. Eine Palette. Lalalala. Hä? Schu, war es doch rechts. Oder wir müssen da... Ah, guck mal hier nach links. Ach nee, von hier kam. Hä? Ist da doch nach links. Wo muss man lang? Hilfe. Meinst du, sie suchen uns schon? Ja, bestimmt. Ich sehe nichts. Alter, wo bist du eigentlich? Da. Jetzt. Ist das mal nach rechts laufen. Mal gucken, was da ist. Schein mal da jetzt in den Gang rein. So, was steht da auf dem Schild? Area A. In this way. Ja, jetzt leuchtet mal auf die Kiste hier, auf die Palette. Warte. Dahinter ist nichts. Lass mal auf der anderen Seite gucken. Loll. Das ist Fakt vollabend, dass ich hier nix sehe. Ich muss dann irgendwie nach oben, erst mal an die Decke geleuchtet, dass du vielleicht dann... In zwei Ohren. ... oder sowas. ... oder sowas. Hä? Ja. Hä? Sind wir hier lang gegangen? Was ist da? Ich weiß halt nicht, wo ich hier laufen soll. Alter. So, jetzt. Bin da. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Das ist so dumm zum laufen. Ja, das ist lustig. So. Wow. Shit. Guard, up there. Hä? Was hat mir vorbeigelaufen? Nein. Krass. Ich brauche auch ein Gürtel. Oh, fuck. Es ist zu hoch, Mann. Und nichts, was man aufstehen kann. Hier. Gib mir deinen Arm. Was für? Ich glaube, ich habe eine Idee. Versuch deinem Bein gegen meine. Bist du mit mir? Warte mal, wenn du mit mir vorbeigelaufen bist. Es wird niemals funktionieren. Relax. Es ist zu hoch, Mann. Ich habe das immer als Kind als Kind. Du bist so dumm. Oh, nein. Es wird viel schneller, wenn wir zusammen zusammenkommen. Oh, nein. Hey, du bist du mit, Mann. Okay, 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 okay. Lass mich. So. Jetzt. Gleichzeitig. Nein, was machst du eigentlich? Ich sagte gleichzeitig. Gleichzeitig, wenn ich sag. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay, jetzt immer abwechselnd, komm. Jetzt. Jetzt. Lol. Die Wache da im Hintergrund. Fuck. Komm, eins, hoch. Jetzt. Geh, drei, zwei, eins. Entschuldigung. Komm, hoch. Hoch. Du, zweimal. Nee, jetzt mich wieder einzuhören. Jetzt sind wir gleich, ungefähr. Kacke. Verkackt. Alter. Dass die Wachen uns da nicht sehen, ne? Tja. Drei, zwei, eins. Warte, ich hab verkat. Woh, woh, woh. Slow down. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Jetzt klappt es. Nicht. Fuck. Hins hoch, komm. Drei, zwei, eins. Die müssen Muskelkater ohne Ende haben, ey. Ja. Hm. ich denke ich auch ja es ist cool gemacht wie man immer was braucht noch und dann wieder zurück ja soll man hier einen kleinen cut machen würde ich sagen ja ja dann war es das für diese episode für heute ich hoffe es hat euch gefallen der streuer und der carlos sind raus für heute und zusammen sagen wir tschüss ne